So, meine Damen und Herren, und jetzt mal für alle Müllfahrer. Ohne die würde es ja überhaupt nicht funktionieren. Früher am Morgen um fünf Uhr stehe ich auf, mach mal einen Kaffee und wasch mich dann mal auf. Zieh ich dann warm dann an, mach meine Brotzeit noch dann. Und nimm noch was mit, denn auf dem Weg, da brauch ich viel erst dann. Mach meine Brotzeit dann. Fünf Uhr, dreißig, fünf Uhr, fünf und vierzig dann. Hey, da mach ich los, setz mich ins Auto dran. Fahre am Bauhof hin und steig dann glänz' ich ein. In den Müllwaden bei meinem Kumpelstein. Und es geht wieder, 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 wieder mal von mir los. Ich finde da, wenn's regnet, gar nicht so vermust. Wieder, 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 da muss es sein. Die ganzen Mülltonnen müssen gelehrt an sein. Also Hatschuhe an Regen handelt rüber. Raus an die frische Luft, dann geht's bald rüber. Den ersten nimmst du dann gleich an die Hand. Schiebst ihn zum Fahrzeug weglauf und rasant. Dann fällt der Müll in die Schiffe hinein. Und tritt so richtig leer, dein Sein. Hey, du hieb sie nach dem heißen Deckel zu und stell sie hin. Und dann geht es weiter, deinen Freunden auch. Der eine nimmt den anderen Streifen. Hey, da liegt der Sinn. Einer links, einer rechts, mal dann. Und dann geht's los, mal dann. Hey, dann wird der Schiff geschoben und getragen. Und dann hast du sowas noch nicht gemacht. Dann solltest du's mal tun. Denn am Abend bist du fix und fertig. Da bist du froh, kannst du wohnen. Ohne Müllmann, ohne Müllmann geht's nicht mehr. Sonst bleiben die Tonnen voll und werden nicht dann leer. Der Müllmann kommt und du bist da. Und schiebst die Tonne raus. Sogar, ey, du bist da. Gibst die Tonne dann. Der Müllmann nimmt sie dann. Schiebt sie ans Auto rein. Hängt ihn ganz perfekt in die Schlaufen ein. Mach den Deckel auf und dann geht's Schiffen ab. Dann wird das Ding rum, so erlernt mal dann. Du musst ein Müllmann sein. Ein Müllmann hier. Bist für die Menschen da. Für alle hier. Du musst ein Müllmann sein. Hey. Du bist bereit. Du bist bereit. Riecht das auch mal dann gefährlich. Hey. Bist du bereit? Du bist bereit. Du musst dein Müllmann sein. Hey. Für dich. Du lässt die Tonnen raus. Für die anderen hier. Damit sie können dann wieder vollmachen hier. Wenn du wieder dann vorbeikommst. Einmal hier. Und sie dann leerst. Du kannst dich nicht. Wenn du sie wegf pastigst. Du kannst dich nicht. Abersonst!? Venezier. Diee.